Der beste Moment in meiner Karriere. Ich habe Mario Gokse gespielt und wir haben eine gute Mannschaft. Auch mit Kagawa in den besten Momenten vorhin. Aber Mario Gokse war sehr, sehr Star mit dieser Mannschaft im Jahr 2010. Roman. Roman war mein Fehler. Ich bin sehr froh von Roman. Er hat mir sehr geholfen, wenn ich in Dortmund war. Ich bin sehr zufrieden mit ihm. Weil es wäre für amerikanische Leute, wenn wir in ein anderes Land sind. Ich habe immer Kontakt mit ihm. Und mit Shinji auch. Mit Shinji Kagawa auch. Ich habe ihn in Dortmund getroffen. Einmal in drei Jahren. Ich bin sehr zufrieden, weil ich in Dortmund viele Freunde hatte. Ich bin ein Fan von Dortmund. Ich schaue immer auf das Spiel. In der Champions League auch in der Bundesliga. Ich habe immer gesagt, wenn Dortmund spielt, ich schaue auf das Spiel auch. Im Internet auch. Ich schaue alles. Und dann bin ich sehr zufrieden. Weil Dortmund hat einen guten Moment. Mit der Mannschaft und finanziellen Moment. Das ist super. Weil in den ersten Jahren, wenn ich da war, war es ein bisschen schwer. Wir haben zwei Titel gewonnen. Dortmund war besser, besser, besser. Und heute hat Dortmund viele Spieler gekauft. Und auch gute Spieler. Ich bin sehr zufrieden. Lange von Dortmund. Aber sehr zufrieden. Wenn du trainierst in Dortmund. Aber für mich ist es egal. Es war in Raschan auch. Und sehr, sehr, sehr kalt in Raschan. Aber wenn du einen guten Moment hast, weil wir in diesem Moment in Dortmund haben, keine Probleme mit dem Wetter. Sancho. Ich habe immer gesagt, er ist ein guter Spieler. Er ist schnell. Er macht das Tor auch. Und das ist wie ein Fußball. Du bist schneller und machst das Tor. Das ist wichtig. Und dann hoffe ich weiter so. Und dann gucken, was passiert in der Champions League. Und dann hoffe ich, Dortmund gewinne diese Champions League. Ja, ich bin glücklich. Weil ich habe viele Freunde hier. Ich habe gespielt mit Tinga Dede. Und dann habe ich nicht gespielt mit Kollegen. Ich kenne ihn heute. Und dann haben wir eine gute Mannschaft gemacht. Und dann brauchen wir nur eine Spielelegende. Aber mit Zidane auch. Ich habe gespielt. Ich habe viele Spiele. Und dann, das bedeutet, wir sind ein bisschen für Dortmund. Weil wir sind hier. Weil wir haben eine gute Arbeit in Dortmund gemacht. Die beste Moment in meiner Karriera. Ja. Ja.